Das ist doch die Köln-Glöpstehende, oder? Wenn sie wieder weg waren, dann haben sie sie weggezogen. Jetzt reinschreiben wir noch ein Bild dazu, damit sie überfolgen wirkt. Wenn sie ohnehin stimmt, dann ist er die ganze Nacht dran gemalt. Ja, wenn sie wissen, macht Wetterbericht rein. Wenn sie siehst, kommt sie fest raus. Seht so, geht's auch bald. Vielleicht soll das andere stimmen? Äh, nicht bei mir. Die Zeitung hat überhaupt ihr Verfahren. Wisst ihr, was sie dann angeschleppt haben? Ein Fernseher! Ein Fernseher aber raus! Habt ihr angeschaltet, wenn ihr was gesehen habt? Was sitzt denn noch da und siehst vor, was in der Zeitung steht? Habt ihr gedacht, es überzeugt vielleicht mehr, wenn es denn noch vorträgt? Und schwerhört hören. Aber was ist das? Was sie so in den Scham sehen, bringen hier. Du darfst das keinen von denen. Kinder-Sendung mit Trieb-Uhr, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Drache mit drei Öfen, mit drei Öfen, das im Plenkaus gefällt. Der Brot ist wie jeden Geburtsdorf. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Nur zu!